So nochmal ein kleines Update, wie gesagt, die Ecken nochmal mit Sekundenkleber geklebt und was so ein bisschen noch abgegangen ist, das habe ich jetzt geklebt nochmal, sieht doch ganz gut aus, so und hier meine Figur nochmal geklebt und so Kleinigkeiten nochmal gemacht, unten eben nochmal ein paar Kabel abgemacht, ich will, diese Lampen habe ich jetzt rausgezogen, und ich will das nochmal vernünftig verlöten, für Kabel, das gefiel mir nicht, also Bastel weiter, wenn dann manchmal anders anständig, so, naja und dann kann sich das auch sehen lassen, vor allen Dingen, ich will hier unten an Verkabelung auch gleich anschreiben, welche Lampe welche ist, oder was das für eine Lampe ist, ob das hier jetzt für eine Stadt ist, oder von da her, so, und, ja, ich habe das hier noch, eben, da habe ich auch noch mit Sekundenkleber geklebt, das Stück hier abgegangen, so kleine Stellen hier gehen auch ein bisschen ab, aber da ist es hier noch drüber weg, ähm, das ist noch nicht ganz so dramatisch, so, jetzt habe ich hier hier normale Lichter nochmal, falls ich dann nochmal ein bisschen mehr sehen will, so, sieht aber ganz gut aus, finde ich, kann sich echt sehen lassen, da kannst du eigentlich nicht meckern, ja, gut, und da ist auch schon wieder, glaube ich, elf, oder halb elf, oder elf, irgend sowas um den Dreh, und das ist für heute Abend echt Schluss, genug gebastelt, viel gemacht, Weihnachtsbeleuchtung draußen, und hier noch die LED-Streifen hier, ähm, auch noch angeklebt und gebastelt hier, ja, so, gut, dann bis zum nächsten Mal, und ich wünsche euch bis dahin erstmal schöne Adventszeit, und schöne Weihnachtstage, und, ähm, dann kommen auf jeden Fall nach Weihnachten neue Videos von mir, okay, bis dann,